Ey! Ich bin Armer! Auch ich habe ein Recht auf Liebe! Ja, das war richtig gut, das hab ich da hinten gehört! Das war ja richtig toll! Das war ja richtig toll! Das hat man richtig toll gemacht! Dann kommt wieder aus in eine Reihe! Liebe! Liebe! Bääääää!!! Ihr seid ja wirklich hungrig hier in Heilbronn. Hungrig nach der großen Liebe! Hungrig nach eurem Leibgericht! Überall glückliche Menschen! Warte! Ich komme! Zu wissen, was man will und es dann nicht zu bekommen! Ich glaub, ich mag Espresso sehr! Du glaubst, bist du gläubig? Das hier ist doch schön! Das ist doch von dem du dich dagegen musst! Pelle des Essi! Und Cut! Brillant! Echt brillant! Sooo, nenn dich! Was auch immer das heißen macht! Posthumane! Posthumanes Theater! Das scheiße weiße Mauerfliebchen! Aber heutzutage, ja, da traugst du bestenfalls noch als Absiebbelt auf der Valentinstagskostkarte! Ich leute nie mit KundInnen. Das ist KassiererInnen-Ehrenkodex. Die Quote stimmt wieder in Heilbronn. Hat sich rehabilitiert. Die Leute lieben sich wieder. Glauben das zumindest.